Hallo zusammen, heute möchte ich einmal die senkrechte Startfähigkeit der Venice ausprobieren. Und weil das so gefährlich ist, will ich mich lieber schützen. Jetzt kann es losgehen. Viel Spaß! 3, 2, 3, 2, 1, GO! Also wie ihr seht, ist irgendwie gar nicht so geil die Idee. 1, 2, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 What's my purpose? What do I grab? A super resurface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need So ein schönes Modell We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious in panic The infinite vastness Of all that is blackness So tell me how will you believe 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 So nach einigen Fehlversuchen haben wir gesehen Es funktioniert wirklich Aber das Material leidet Zudem musste ich größere Luftschraubenblätter montieren Damit überhaupt die Kraft vorhanden ist Damit er angehoben wird Und die Ströme sind deutlich über den Grenzen Also es ist eigentlich nur eine Spielerei Die das Material zerstört Also nochmal werde ich es nicht machen ook noch dasème